Hallo und willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute gibt es die 25 Schuss Batterie von WECO Doppel Double Action. 300 Gramm Effektladung aus dem Penny für 11,11 Euro. Ach und so sieht die aus, das wusste ich ja noch gar nicht. Und jetzt hole ich die direkt mal raus, hat in drinnen nochmal den Aufdruck. Und sie hat eben hier wahrscheinlich 30 Millimeter Kaliber, ja 30 Millimeter Kaliber Röhrchen und noch andere. So und auf die bin ich auch gespannt und dann viel Spaß bei der Zündung. 25 Schuss Double Action. Schuss 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 3 Schuss waren dabei mit 30er Kaliber aber ich fand sie schon schön. Bis zum nächste Mal!